Gibt es eigentlich Bethlehem-Vorschule 1? Stimmt. Fähigkeiten-Check. Was habe ich immer, was ich aufläd? Mein Stein, genau. Auf den muss ich gucken. Jetzt lädt sich nämlich meine Blendgranate auf und der Stein, wenn der Killer in der Nähe ist da nicht. Oh, hier rechts wird er die Natur ja. Ja, da wird er die eine Satz gejagt, aber ich sehe sie den Killer nicht. Mein Stein lädt sich auch nicht auf. Links neben uns leben wir im Haus, da oben ist die andere. Könnte ein Schleichkiller sein. Keine Ahnung. Ich glaube, links im Haus ist er, der Killer. Die eine versteckt sich da halt nur. Ah, ja. Da, im Haus ist er auch. Da hängt sie am Jen. Let us go, let us go, let us go. Musst du noch retten? Ist das noch deine Aufgabe, oder? Das ist nicht meine Aufgabe. Ich soll aus hohen Höhen fallen. Ach so. Na gut, dann gehe ich retten halt. Und da oben ist einer dran. Oh, ist das Schwein, würde ich mal sagen. Ist einer dran hier an dem Ding. Ja, ja, deswegen bin ich wieder abgehauen. Ich gehe retten. So, Meg, Schwein. Da ist es. Ja, ist es das Schwein. Ja, ist es rechts. Und wo geht's hin? Ach komm. Ach komm. Ist bei mir. Ah! Also wie lange kann ich denn rennen? Dann gehe ich retten, oder was? Ja. Ich komm, Gisela. Ja. Bringst du es wieder mit? Ja, keine Ahnung. Ich ziehe gerade alle Paletten, die es so gibt. Oh, Tür zu. Schlecht. Ich komm, ja, ich komm zu euch leider. Aber es ist weg. Ja, haha. Es ist weg. Aber ich bin nicht so sicher. Nee! Alter! Voll die andere erwischt. Es ist halt einfach nur in den Schleichkurz. War hier nicht noch ein Brett irgendwo? Ist die andere nicht mal bald fertig mit ihrem blöden Gender? Ey Leute! Ich renne hier die Welt! Könnt ihr mal ein Jen machen? Jetzt mal ganz ehrlich. Oh! Nee. Was ist das? Ist sie überhaupt noch hinter dir? Nee. Ist es weg. Alter. Ich weiß nicht, warum die eine, die jetzt saß doch alleine an dem Jen. Mhm. Warum hat sich mein Stein eigentlich nicht aufgeladen? Weil es ein Schleichkiller ist. Ah! Damit ich nicht sehe, dass er da ist. Ja. Und da gibt's Sinn. Ja. Oh! Schneller, Alter, ne? Und da hinten ist die. Und warum hat die den Jen jetzt nicht durchgezogen? Ich hab keine Ahnung. Oder irgendwer anders in der Zeit? Haha. Warst du das? Ja. Die andere war auch irgendwo mal am Jen? Ich weiß, an diesem Einzel-Jen im Haus. Ja, ja. Aber die andere auch. Die ist wieder gesperrt, oder? Geretten. Na. Immer wenn die hochhebt, dann... ...gesperrt. Ich seh ihn. Oh, Schwein. Wache dich ab, du! Mordig ab, du! Mordig ab, du! So. Jetzt musst du erst mal deine Falle vom Schädel ziehen. Ich hatte doch gerade schon wieder... Oh, die wird verfolgt, oder? So, die hat doch bestimmt hier drüben irgendwo Jen gemacht. Ah, da ist es. Ah, der hört sich doch gut an hier. Der hört sich gut an. Der hört sich gut an. Der muss ich durchziehen. Oder ist der schon ein? Ja, ist es der, wo du alleine dran warst? Ja. Nee. Hier gibt's noch einen, glaub ich. Ich zieh jetzt durch, bin fertig gleich. Dummels Schwein! Dummes Sau, du! Schmacht's schnackig! Ist doch noch irgendwo einer. Sie ist im Haus bei mir. Wer? Der Killer. Schwein, ja. Amanda. Ich mach jetzt mal den Jen hier vorne. Sie hat mich, glaub ich, verloren. Also, eins find ich geil, dass das Schwein wirklich mit dem Stealth-Modus spielt. Ah, hier rechts neben dir bin ich. Oh! Scheiße. Oh, die ist tot. Aber was ist mit dem Jen da drin? Der ist fertig. Der hab ich doch gerade fertig gemacht. Also. Weißt du, ob hier irgendwo einen Schrank ist? Ich brauch mal eine Blendkarte. Hat's niedergelegt. Wo ist die andere? Was machst du jetzt? Vielleicht kann ich die eine noch retten, aber wo ist die? So. Ich hab's grad nicht verstanden. Ja, los, komm. Dann zieh man den Jen wegs noch zusammen durch. Ich dachte, die andere liegt auch. Ja, lag ja auch. Da hinten ist es. Ich hab's gesehen. Oh, sie hat sich befreit. So, ich brauch jetzt irgendwas. Irgendeinen Schrank brauch ich. Damit ich meine Blendgranate basteln kann. Hä? Ich brauch... Hab ich die schon oder was? Wieso? Ah, ich muss die Box doch ablegen. Ja. Geht nicht. Wie kann ich die ablegen? Mit Kreis? Kreis. Ah, jetzt geht's. Komisch. Das ist alles sehr kompliziert. So. Blendgranate. Ich geh retten. Wo ist sie denn überhaupt? Hm. Unten. In diesem Keller, glaub ich. Oh, sie trägt sie ganz runter in den Keller. Okay. Ich bin am Eingang. Geh mal ganz kurz in den Schrank. Ich rette sie dann da aus dem Keller, wenn ich den Weg dahin finde. Okay, dann schmeiß ich den Stein ganz weit weg vom Haus. Was? Ich hab's gehört, das Schwein. Ja. Warum bist du jetzt doch auch in der Schule drin? Na, weil ich den Gender machen wollte. Ach so. Ja, dann kannst du auch retten. Sie ist hier. Sie schleicht hier rum. Okay. Sie ist in die Schule rein. Es ist unten. Es kämpft da. Nee, es ist grad von oben rausgekommen. Locks mal raus. Was? Ja, ich lock's. Ich lock's ganz weit weg. Okay, ich rette sie. Nee, es verfolgt mich nicht mehr. Ah! Verfolgt mich nicht. Ja, es ist halt wirklich ein Camper-Schwein. Okay, jetzt geh ich runter. Alter, wir werden jetzt alle draufgehen aus dieser Scheiße. Sie ist hinter mir her. Ich geh runter. Ist es wirklich noch hinter dir her? Ja, es hat mich hochgehoben. Dreckt mich auch runter. Das heißt, ihr müsst euch verpissen. Oh, warte mal. Ich mach die Blendgranate. Und? Was ist hier mit Blenden? Nee. Naja. Blenden mit einer Taschenlampe funktioniert ja auch nur in gewissen Situationen. Ah ja, aber eine Blendgranate. Ich fäng ja erst das erste Mal. Hm. Oh, es schleicht hier rum. Oh oh. Scheiße. Ach was, da bin ich. Aber da hätte ich jetzt schon gehofft. Also, geht da runter. Es guckt ja wohl eindeutig da hin. Wo soll es denn sonst hengucken? So. Ich habe gar nicht gemerkt, dass sie dich erwischt hat. Hallo. Es hängt jetzt alles an Romantik Rus. Die wird natürlich alles dafür geben, ihre Maske loszuwerden. Natürlich, das probiert sie gerade die ganze Zeit. Will sie immer noch nicht los. Ja. Und dementsprechend wird sie wahrscheinlich unsere Rettung ein bisschen... Probier einmal mich selbst zu retten. Ja. Oh, scheiße. Dann probier mal dich selbst zu retten, ja. Solang du noch kannst. Rett. Ja, Wein war nicht so überstark, aber hat es verdammt gut gemacht, würde ich mal sagen. Es hat halt gekämpft. Nee, es hat nicht richtig gekämpft. Es hat nicht richtig gekämpft. Natürlich war das unten. Es ist runtergehüpft, da war es unten. Da bin ich runtergehüpft, es war unten. Mein Femmes Schwein. Hätten wir es clever gemacht, hätten wir es geschafft. Ja, ja. Das war aber schon spannend. Das fand ich auch. Das ist schon krass, wenn das Schwein an den Rand kommt. Oh. Das hat schon nur mit einem Generator gefehlt. Das ist halt echt gar nicht. Ja. War echt krass. Was war das Schwein? Ich hab nicht mal ein Pip bekommen. Nein. Hat gar kein Level, das Schwein. Without the Level. Ja. Ja.